Da sind wir ja schon. Platt, platt, papperlapapp. Jo, heute ist heute Freitag. Und was ist das für ein Freitag? Ein gruseliger Freitag ist das. Das wär, das kannst du vergeben. Wir wären eben noch in der Stadt und wir wollen da noch ein bisschen rumlucken. Nix, doch. Gau, wär da nur Hüß, nur Hohrwoch. Ich hab mir erst mal ne Schorne Tastee kocht. Man wird ja was warmes im Gief haben. Jo, nun wird die wohl auf jeden Fall das so wär mit, wie das so weg. Ich kann nur sagen, so noch im Nome, da ging das los. Übelkeit und Erbrechen und Sonnkrum. Und das ist noch nicht so ganz weiter weg, aber das wär schon bannig, bannig doll. Jo, irgendwie ging das ganz schön klöderig. Aber so langsam, ne, man wird sich ja wieder zurechtkriegen. Ne, man krabbelt sich ja wieder nach Bogen. Jo, Mittwoch, jo, Müller wegen der Hevig, dass er nur versägt noch mal ins Ohnsuchte. Auch dazu ging Champagner zum Freustag. Und das wie mir, ich konnte ja noch kein Champagner trinken. Ich hab nicht ein Schluck Alkohol trinken, die so weg, jo. Jo, und dafür schon Champagner zum Freustag kann ich nur empfehlen. Geht mal gut mal ins Ohnsuchte, oder? Jo, ansonsten Corona, ich hab mir die Hand waschen. Wuschen, nicht? Jo, mit man ja nun daun und das macht man ja ein bisschen gruselig. Ist das auch, nicht? Nodenklich. Das schallert noch wahren. Jo, aber darum willst wir uns jetzt nicht kümmern. Jo, was noch, was Feines? Jo, ik heb weder'n Dreh an Landzogen. Ne Werbung. Und da freu ich mich ganz doll auf. Und ich müsst kein Casting machen. Das geht auch ohne Casting. Jo, und das ist schon der dritte Moldes, jo. Wenn das so wiedergaut. Oh, oh. Ach, ich will noch was vergeben. Mein Auto ist denn dort. Und ich weiß nicht, ob ich das noch mal morgen lohnt. Aber, da will ich jetzt nicht dran denken. Ich wünsche einen schönen Freitag. Und ich trinke noch mal eine schöne Tasse Tee. Tschüss, Lüt.